Fiat 124 Spyder, noch ein frühes Modell, eines der letzten mit den schönen Stoßstangen, kommt aus Kalifornien. Heckgepäckträger, hier sind noch ein Haufen Ersatzteile eingetütet, alles bis auf den Sportluftfilter gebraucht. Rost hier hinten ist kein Thema, innen ist alles noch im Erstlack, ist einmal außen überlackiert worden, ist noch gefahren worden, zugelassen bis 2020. Schönes Auto, neuwertiges Verdeck, aus Stoff. Teppich ist noch original, also vom Werk genauso die Sitze, Verkleidungen, Sitze sind fertig, sind Schonbezüge darüber. Armaturenbrett wurde mal bezogen, Türverkleidungen sind nicht schlecht. Scheibe rissfrei, steinschlagfrei, ist schon das Modell mit der Abgasrückführung, die ist allerdings abgehängt. Hier schaut auch alles sehr ordentlich aus, alles noch im Erstlack. Die vordere Stoßstange gut erhalten. Hat ein paar kleine Beschädigungen, wie hier eine kleine Delle. Und hier vorne auf der Kante auch. Ein paar ausgebesserte Lackstellen, aber sonst ein sehr, sehr ordentliches Auto. Springt an auf Fingerzeig. Guter Öldruck. Sehr schöner Motorlauf. Nimmt das Gas sehr gut an. Der Vergaser ist neu. Der alte liegt im Kofferraum. War ein schöner Daily Driver in Kalifornien. Für die eine erste Wohnung. Alle perdu die Augen. Vielen Dank.